Purrrrfekt. Purrrrfekt. Da ist ja mein Meister. Sag mal, sind wir jetzt hier schon so sexuell, dass du mich Meister nennst oder was geht hier ab? Warum krieg ich kein Game, Leute? Ich bin einfach zu High-Elo. Ich bin heute voll motiviert, Leute. Ich meine, ich sitz hier gerade ohne Hose. Ich könnte euch dreckige Sachen flüstern und ihr würdet denken, dass es stimmt. Bist du doch nur mad, weil du nichts zu essen hast? Ja, ich bin nicht mad, ich bin voll gut drauf. Ich hab ne Banane gegessen eben. Sieht gut an, Leute. Ich hab fast alle Bananen weggefressen. Zen... Ne, ich bann Zen nach. Mir egal. Der geht an First Pick. Geht an First Pick, Leute. Keiner mit Zen nach Spielen in meinen Games. Enemy has First Pick. Hab ich nen Delay? Oder? Was ist denn so vor? Ne, ich hab keinen Delay. Okay, Leute. Wir sind Delay-frei seit 19... Will ich nicht sagen. Rek'Sai. Oh, ich will jetzt schon... Eigentlich sollten wir nicht Renga in Rek'Sai reinpicken. Das ist Suizid, Mann. Das ist Suizid, Leute. So, ich spring rein. Er knock up mich. Ich geh ulti. Er knock up mich. Ich seh Twitch. Er knock up... Okay, er knock up mich nicht. Leute, machen wir das? Beweisen wir Eier? Sibjörn. Okay, warte, wir sind eh Last Pick. Wir können noch warten. Der erste Dodge bringt immer Glück. Ich werde nicht dodgen, Leute. Wow, wir haben Ultra-Kack-Lanes. Ich spiel einfach fucking Krakas oder so. Why do we have a Fizz-Bot? Oh, warte mal. Ähm, das ist eine legitime Frage. Okay, wenn die einen Squishy Support picken, sag ich geil. Wenn sie keinen Sick-Wishy Support picken, sag ich nicht mehr so geil. Ich geh knock down. Dann kann ich Quinn auf den Sides vielleicht da abfangen. Yes. Yes, yes, yes. Uh, let's go. Lies den Match-Up. Ey, yo, yo, gimme... Warte mal, wen habe ich in der Mitte? Aber diesen Match-Up... Mmmmm. Gimme mit Prio if you can blocks. Ne, ich habe wieder diesen Maus-Bug. Ey Leute, ich weiß echt nicht, wie ich den fixen kann. Meine Maus wird jetzt bei euch dieses ganze Game lang komisch aussehen. Ich hoffe, es triggert euch nicht. Oh, I seek only this... Lol. Lol, ist der... Garen da gerade gestorben? Okay. Ja, yo, Leute, es war ein Prank. Ja, okay, müssen wir weggehen. Schnüff. Ich meine, yo... Ah, ich kriege mein Level 3 nicht, ne? Warte mal, Lee war noch nicht an meinem Red, oder? Wo muss ich da jetzt hin? Leute, entweder bin ich behindert oder ich bin jetzt richtig gut, okay? Ihr dürft jetzt eure Münze werfen. Oh, cool. Ja, moin. Bitbrain, 3k IQ. Flash rüber. Zack, spring hin. Zack, spring wieder hin. Hol ihn ab. Bam. Und der Lino so, Alter, Bro. Legende. Ich will nicht angeben. Ich will nicht angeben. Ich tue es aber trotzdem. So, warte mal. Jetzt pingen wir nochmal. Oh, ich habe nicht mehr Level 7. Scheiße. Ah, Big Yikes. Was meintest du ohne mit der Maus drauf? Leute, meine Maus ist komplett buggy. Meine Maus ist komplett buggy. Guck mal hier. Ich bin jetzt mit meiner Maus auf dem Red Trinket, bei euch aber nicht. Deswegen wundert euch nicht. Es ist irgendein komischer Bug, der gerade da ist. Komischisch ran, Bruder. Na toll. Warum gehe ich da hin? Kann ich den noch? Ich hätte ihn doppelkuchen sollen. Ich hätte ihn doppelkuchen sollen. Nein, ich hätte ihn doppelkuchen sollen. Scheiße. Ah, das war doof. Ich dachte, ich kann ihn da noch machen. Aber er hätte sich mit We und Conqueror dagegen gehen. Okay, Leute. Wir kriegen ein Problem gerade rein. Unser Top-Laner ist am verkacken. Nach meinem Play bin ich jetzt auch am verkacken. Wir sind alle kacke. Leute, wir sind gerade voll behind jetzt wieder. Das ist natürlich blöd. Wir hatten einen so coolen Start haben können. Aber dann haben wir uns dazu entschieden rein zu hinten. Sexy Hexy. Top F. Heißt das sowas wie er hat No F? Oder heißt das No Gang Please? Ich weiß nicht so genau, was er von mir möchte. Äh, nee. Wann Season 10 beginnt, wissen wir leider noch nicht. Yo, Bro. 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 Komm. Don't do it. Er ist tot. Ja, aber wie soll ich dir da helfen? Warte mal, wenn Choate auch hingeht? Yo. Wenn Choate auch kommt? Oh, oh. Er ist nicht das Ziel, das ich haben wollte. Ey, yo. Was macht denn Choate? Ah, das ist meine Schuld. Ist cool. My bad. Ah, das ist cool, Leute. Meine Schuld. Ey, was soll das, man? Leute, unser Start war gut. Jetzt sind wir. Jetzt bin ich so wie ihr. Ich wollte ja den Lee haben. Was ist? Ich krieg Choate. Äh, äh. Den Rumble. Das war nur ein Joke, man. Och man, Leute. Kann das sein. Lee wird Bot sein. Muchen wir auch noch mal jemand runter. Lee. Bot. Oh. Oh, what? Oh, what? Die sind beide Lasted. Boop. Okay, Leute. Passt auf. Ich zeig euch jetzt ein cheesy Play. Wenn der klappt, dann sind wir wieder gut. Wenn nicht sind wir scheiße. Mit F. Muss man anfangen, ob der noch Flash hat. Oh. Warum willst du jetzt mit den Gag? Warum willst du jetzt das machen? Gag doch bei mir. Gag doch bei mir. Kommt schon, Kenas. Du könnt das besser. Oh. Listen. Listen. What? Ich meine, okay. Die Falle. Die Kate in der Falle hat nichts ausgemacht, ne? Ich habe sie aber nicht mal gesehen. Ich habe sie nicht mal gesehen. Wie sagt jeder? Stopwatch? Gute Frage. Stimmt. Die haben echt alles. Stopwatch. Was? Ich meine, yo, es ist mein erstes Game, ne? Ich darf, ich darf ein bisschen hinten. Ich darf das, Leute. Aber lass es mich so sagen. Man könnte es besser spielen. Einfach für jeden Tod ein Knie beugen. Digga, dann bin ich nach zwei schon tot. Also, habe ich noch etwas genommen. Nerv ich nicht. Ich bin einfach nur ganz, jude drauf ganz, jude . Für die Horde. Vor mein Conquest. Lie ist oben. Ja, okay, sondern die Tau. Sonst trainen wir hier oben auch. Also, ich würde gerne abfangen, aber das ist so natürlich auch gut. Ehre. Ehre. Okay, let's go. Nur ein fetter Jam. Ja, der ist echt huge. Aber ich weiß nicht, ob er das carrying kann. Shogart wirkt mir bis jetzt ein bisschen nicht so produktiv dabei. Meine Top-Lane auch nicht. Ja, sein Farm ist okay, aber er wird halt outscaled. Das darfst du nicht vergessen. Hi-Pipe Lieblings-Türkel. D kleiner als 3. Ich hab gerade gedacht, du sagst Hi-Papi. Ich so, scheiße, Alter. Ich bin schon wieder ein neues Kind. You are not the farm. Leute, wir spielen mal ein Pressure-Game, okay? So, scheiß auf alles. Entweder sterbe ich jetzt oder ich werde zum Helden. Hier ist auch noch ein Mod drin. Könnte eine Pink sein. Ah! Hätte ich sie instant geratzen, wäre das nicht passiert. Warum baust du kein Tiamat mehr? Ich baue schon Tiamat. Ich baue es nur nicht jedes Game. Das ist der Unterschied. Es kommt halt immer auf meinen Recall an. Und auch, ob ich eher Pressure-Style spiele oder ob ich so ein bisschen mehr farmen möchte oder auch farmen kann. Er denkt, er kann mich hot smiten. Er denkt einfach, er kann mich hot smiten. Ha! Okay. Ich meine, vielleicht. Aber nicht jetzt. Ich meine, yo, wir sind farmtechnisch doch eigentlich ganz gut dabei, oder? Ich bin gar nicht so weak. Oh, sexy. Warte mal. Wir motivieren ihn mal. Warte mal. Er spielt gegen Rumble und holt sich... Okay. Ja, das mit der Baus, das... Daran kann ich jetzt im Moment selber nichts ändern. Das tut mir echt leid, Leute. Ich glaube, dass sich das auch abfuckt. Oh shit! Oh! Nicht shit! Oh, bisschen shit! Oh what? Oh! Was passiert, Bruder? Habt ihr das gesehen? Hey, yo, yo. Es war ein Prank. Okay, ganz ruhig. Puh. Wie ich dem Lee hinterher gesprungen bin. Wenn dein Damage Frame quasi... Wenn du in der Animation... Pass auf. Im selben Moment, wo der Gegner wegspringt und du in der Jump-Animation bist, springst du hinterher, weil du gelockt bist. Also war jetzt hier gerade mehr Glück als Verstand quasi, dass ich ihm hinterher gejumpt bin. Rumble? Oh, yo. Mein Team Smurved. Okay, Smurved nicht. Oh, doch. Mein Team Smurved. Warte, mein Team Smurved nicht. Oh, doch. Doch. Sehr schön, meine Damen und Herren. Bitte kennen Sie mich eben einmal durch. Leute, man weiß nichts über den Champion. Man weiß nur, wie er aussieht. Das war's auch. Wenn man etwas weiß, dann wisst ihr genau, welchen Kanal ihr einschalten müsst. Warum ist der schon wieder tot? Die wissen, dass ich da bin, oder? Ne, ich kann ihren Arsch leider nicht triple Q'n. Hier ist der scheiß Pink. Digga, er denkt, er kann mich auch smiten. Was ist denn falsch bei dem Lee, Alter? Ich meine, er kann mich im 1 gegen 1 töten, aber er kann nicht meine Smites töten. Oh, oh. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, zum Glück war da die Ward, Leute. Ihr seht, Wards können töten. Da war das dreifache Q-Setup, meine Freunde. Digga, der Garen, ich weiß nicht, ob er gut ist oder ob er behindert ist, ne? Aber der hat Eier auf jeden Fall. Sylvie, lohnt es sich, über Ranking zu spielen? Sylvie, wir gehen dreifache Q-Kombo. Sylvie, äh, äh, warum sieht deine Map anders aus als meine? Sylvie, äh, 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 äh. Einfach nur zum Scannen. Lol. Ihr Vollidioten. Oh, scheiße. Oh, lol, ich brenne. Dö, dö, dö. Oh, lol. Bam, waff. Er läuft einfach rein, Leute. Er kennt keinen Stopp. Er läuft einfach rein. Leute, ich kiefe diesen Garen. Go, boys. Go, boys. Go, boys. Let's go. Bam. Einen Moment, einen Moment, einen Moment, einen Moment. Ich muss mir kurz... JungleDiff, better, jungler, wins this, always. Joking. Digga, Leute, wir wurden richtig nass gemacht. Aber das musste sein. Ich bin, 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 ich bin Vielen Dank.